Hallo Freunde des Steins und herzlich willkommen zurück zur Brickstory. Falls euch fragt, warum ich mich so anhöre wie Dobby von Harry Potter. Nun ja, ich habe meine Weisheitszähne rausbekommen und es ist nicht so das Gelbe vom Ei, muss ich ehrlich gesagt sagen. Aber nur die Harten kommen im Garten, deshalb habe ich das Video hier trotzdem aufgenommen. Keine Sorge, die erste Hälfte vom Video, die ist noch ganz normal, die habe ich vor dem Eingriff schon aufgenommen. Die zweite Hälfte, die kam noch danach, die musste ich natürlich auch noch aufnehmen, habe ich jetzt auch gemacht. Die klingt halt ein wenig anders. Viel Spaß mit dem Video. Ende Dezember 2021 ist es soweit, Boba Fett bekommt seine eigene Serie und jetzt gibt es den ersten Trailer dazu. Und was soll ich sagen, ich bin echt überrascht gewesen. Aber gut, was ich in diesem Video gerne gemeinsam mit euch analysieren möchte, ist, welche Lego-Sets es zu dieser Serie geben wird. beziehungsweise noch geben könnte, bestätigt, beziehungsweise in den Gerüchten sind aktuell zwei Sets. Einmal die 75325 für 70 Euro wird das ein Set, welches im Juni 2022 wahrscheinlich erscheint. Und das etwas größere Set, die 75326 für 99,99 Euro, wird im März 2022 mit 732 Teilen erscheinen. Wir wissen auch schon, was das letzte Set sein wird. Es sei nur an der Stelle gesagt, wir werden hier ein bisschen darüber spekulieren, was in The Book of Boba Fett passieren könnte. Wir werden uns den Trailer natürlich angucken. Wenn ihr nichts darüber wissen wollt und keinen Hintergrund wissen und sowas, dann solltet ihr dieses Video wahrscheinlich eher nicht angucken. Bei einem letzteren Set wird es sich aber wahrscheinlich, ich habe euch ja schon vorgewarnt, Jetzt wird es da wahrscheinlich sich um Boba Fetts Palast handeln. Also früher der Palast von Jabba dem Hutten, jetzt halt von Boba Fett. Sechs Minifiguren sollen mit dabei sein, sowie auch noch ein Brick-Build-Rancor. Der Trailer. Was soll ich zu dem Trailer noch sagen? Er hat nicht wirklich viel gezeigt, aber er hat eine Richtung gegeben, in die die Serie gehen soll. Mich persönlich hat es sehr stark an The Mandalorian erinnert und, so habe ich das zumindest rausgelesen, habe mich informiert vorher, natürlich, bevor ich das Video gemacht habe, es soll eine direkte Fortsetzung zu The Mandalorian sein. Zum Beispiel soll die erste Folge von The Book of Boba Fett Chapter 17 heißen, also Kapitel 17, welches direkt an Kapitel 16 aus der The Mandalorian Staffel 2 anschließt. In der Anfangsszene sehen wir hier einen Bomar-Mönch, das sind die Bewohner von Jabba's Palast, bevor Jabba da halt eingezogen ist. Die wohnen da halt irgendwie immer noch, das sind halt Mönche, die ihre Gehirne in so einen Roboter reingetan haben. Das Interessante ist, diese Bomar-Mönche, die gab es sogar schon in zwei verschiedenen Lego-Sets. In den jeweiligen Sets von Jabba's Palast war jeweils einer drin. Interessant war, da gab es nie diese Figuren mit sechs Beinen, sondern immer nur mit vier Beinen. Ich persönlich, da dieser Bomar-Mönch also auch so präsent hier in dem Trailer drin ist, würde darauf tippen, dass wir in dem neuen Palast wieder einen Mönch bekommen werden. Mal schauen, ob der dann sechs Beine hat. Jabba's Palast sehen wir dann kurz dazu später mehr und auch, wie ich das dann im Tatooine-Mock noch einbauen werde. Wir sehen seinen Helm, da könnt ihr erkennen, der Helm hat hier eine ganz andere Farbe als in dem Slave 1 Lego-Set. Das war einer der Kritikpunkte an diesem Set, als es damals herausgekommen ist. Da war dieses Grün noch etwas heller, hier ist es ein wenig dunkler. Ich hoffe, bzw. ich gehe davon aus, dass wir eine neue Boba-Fett-Figur bekommen werden. Ich hoffe mal, dass die dann eine angepasste Farbe haben wird. Anschließend sieht man eine Stadt. Dabei handelt es sich wahrscheinlich nicht um Mos Eisley. Also jedenfalls kann ich da keinerlei Gemeinsamkeiten erkennen. Diese Stadt könnte natürlich das 70-Euro-Set werden, zu dem wir noch keine Informationen haben, worum es sich bei dem Set handelt. Vielleicht wird das so ein kleines Kampf-Set. Man sieht dann auch danach einen Itorian. Den hatten wir auch schon verschiedene Male als Lego-Minifigur, wie er da auf einem Thron drauf sitzt. Vielleicht könnte der in dem zweiten Set enthalten sein, je nachdem, wie wichtig der in der Serie ist. Allgemein sieht man sehr viele von diesen Clan-Mitgliedern und diesen ganzen Schurken und so weiter, die im Star-Wars-Universum herumlaufen. Es gibt dann später auch noch eine Szene, wo sie in Jabba's Palast am Tisch sitzen. Da sind zum Beispiel Trandoshans. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Jedenfalls ist es die Rasse von Bosk. Den solltet ihr auf jeden Fall kennen. Ein sehr berüchtigter Kopfgeleger wäre sehr cool, Bosk in dieser Serie zu sehen. Aber das sind alles natürlich noch Theorien, die noch nicht bestätigt sind. Zum Beispiel Cat Bane könnte man ja auch in der Serie nochmal wiedersehen. Und man sieht halt auch noch Tusken Raider hier in dem Trailer drin. Wahrscheinlich werden wir dann auch wieder eine Tusken Raider-Lego-Minifigur bekommen. Da gehe ich eigentlich von aus. Ihr wisst ja, Boba Fett hat mit den Tusken Raidern zusammengelebt. Und man hat in The Mandalorian ja auch gesehen, dass sie auch Teamwork betreiben können. Und wer natürlich auch in dem Trailer sehr prominent vertreten ist, ist Fennec Shand. Die sieht man eigentlich immer wieder an der Seite von Boba Fett. Und deshalb gehe ich auch davon aus, dass sie eine der sechs Figuren in dem Jabba's Palast-Set sein wird. Man sieht auch nochmal die Slave 1. Von daher guter Move von Lego, dass sie die jetzt neu auf den Markt gebracht haben. Ich glaube, das ist ein solides Spielset, was sie da herausgebracht haben. Und wird dann auch super natürlich zur Serie passen. Gerade jetzt am Anfang, wo die Sets zu The Book of Boba Fett noch nicht erschienen sind, wo die Serie ja schon anläuft. Ja, und der nächste große Punkt. Da musste ich direkt dran denken, in dieser einen Szene, wo sie dann Boba mit Jabba verglichen haben. Dass Boba dann sagt, ja, sprich deine Meinung. Da habe ich sofort dran gedacht, dass gleich die Klappe aufgeht und der jetzt runter zu dem Rancor fällt. Ich habe so ein bisschen die Vermutung, dass das in der Serie passieren wird. Eine Theorie, die ich auch noch gehört habe, ist, dass der Baby-Rancor, den man ja in The Bad Batch sieht, der eventuell auch mit dem Rancor verwandt ist, den wir in Episode 6 sehen, eventuell hier nochmal wieder vorkommt in The Book of Boba Fett oder dass Jabba vielleicht mehrere Rancors gehabt hat. Das wäre natürlich sehr, sehr interessant und würde auch das Gerücht erklären, dass es in dem Palast von Boba Fett auch noch einen Rancor geben könnte. Aber natürlich der Elefant im Raum ist das große Jabbas-Palast-Set, was für 100 Euro erscheinen wird. Also 40 Euro billiger als der letzte Palast von Jabba und mit 700 Teilen gar nicht so weit entfernt von dem letzten Palast von Jabba. Das Ding ist, es ist ein Teilpreis von über 10 Cent. Ich hoffe, dass die Minifiguren dann hier einiges wieder rausreißen. Man muss auch bedenken, einige der Teile gehen dann noch höchstwahrscheinlich für den Brick-Build Rancor drauf, wenn der jetzt wirklich aus Steinen gebaut sein wird, was ich nicht hoffe. Aber im Palast kann man natürlich auch noch einiges umsetzen und einiges könnte ich mir auch vorstellen. Erstmal natürlich diesen großen, runden Hauptbereich vom Palast, den man ja auch so im Trailer sieht. Dann denke ich, gehe ich davon aus, dass der Thron umgesetzt wird von Boba Fett bzw. von Jabba früher. Dann denke ich auch, dass eventuell dieser Tisch irgendwo hingebaut werden kann, wo dann halt die Versammlung stattfindet, die man im Trailer sieht. Und oben in die Kuppel könnte man natürlich auch noch gut diesen Balkon einbauen, wo dann Boba und Fennec Shand draufstehen. Und auch dieses Schlafding, wenn ihr genau im Trailer einmal pausiert habt, dann seht ihr, dass da so eine Art Schlafkapsel oder irgendeine andere Bagdad-Kapsel oder sowas vielleicht auch noch ist. Das könnte ich mir auch gut vorstellen, dass das dort in das Set noch eingebaut wird. Ich bin ganz ehrlich mit euch, ich bin sehr, sehr glücklich darüber, dass wir wieder neuen Star Wars-Content bekommen. Neue Minifiguren, neue Sets und natürlich auch eine Serie, die man an sich angucken kann. Und im Jahr folgt ja dann auch noch die Kenobi-Serie am May The Force, wo dann vielleicht auch noch Sets im Sommer zu erscheinen könnten. All das macht mich sehr, sehr zuversichtlich auf die Zukunft. Ich bin sehr, sehr gespannt auf die Sets. Und sobald die Sets hier natürlich offiziell vorgestellt werden, werde ich mich dazu auch nochmal melden. So, und jetzt in Teil 2 des Videos geht es um den UCS 8080. Ja, ihr habt richtig gehört, es wird ein 8080 werden als UCS-Set für 800 Euro, welches noch in 2021, genauer gesagt, am Black Friday erscheint. So sind jedenfalls die Gerüchte. Zum Beispiel Stormhouse hat da jetzt noch weitere Informationen rausgehauen, was die Minifiguren angeht, was die Größe angeht und sonst noch weitere Eckdaten. Finde ich sehr, sehr spannend und ich bin eigentlich auch ganz zufrieden, dass es jetzt ein 8080 ist. Den gab es ja noch nie vorher als UCS-Set. Der wird 800 Euro kosten, 6.785 Teile laut den Gerüchten mit enthalten haben. Und als Minifiguren, das finde ich ganz interessant, werden insgesamt 9 Stücken mit dabei sein, was schon relativ viel ist. Wir haben 4 normale Snowtrooper, wir haben einen Snowtrooper Commander, wir haben einen 28080 Driver, wie sich das natürlich gehört. Ich hoffe, dass die dann auch nebeneinander sitzen können. General Rears und noch einmal ein Luke Skywalker. Ich bin gespannt, ob irgendwelche von den Figuren exklusiv sind. Normalerweise ist es ja immer so, dass die Figuren leicht verändert sind, die in den UCS-Sets drin sind. Die Figuren bekommt man natürlich eigentlich auch alle so in dem regulären 8080, nur halt ein bisschen weniger davon, den man ja noch für 150 Euro im freien Markt kaufen kann. Und Stormhouse hat auch die Maße zu dem Set herausgegeben. 62 Zentimeter soll das Ding hoch sein, 69 Zentimeter lang. Das ist schon relativ groß. Das ist jetzt nicht so lang wie die Titanic, aber das habe ich ehrlich gesagt auch nicht erwartet. Das Ding sollte aber auf jeden Fall sehr massiv sein, aber immer noch nicht so hoch wie der Ortenkturm, den es ja vor einiger Zeit gegeben hat. Und auch dazu wird davon berichtet, dass man die Beine wohl mit einer Art Schraubenzieher verstellen kann. Das hört sich sehr interessant an. Das ist ja natürlich auch die größte Herausforderung an diesem Set gewesen, dass die Beine halt stabil sind. Und da gibt es ja einerseits diese Klickgelenke in den Spiel-AT-ATs. Hier wird es wohl aber stufenlos dann mit dem Zahnrad sein. So vermute ich jedenfalls, wenn da ein Schraubenzieher drin ist. Das dürfte ganz interessant zu bauen sein. Ich bin sehr, sehr gespannt auf dieses Modell. Falls mal was Neues ist, was Großes und natürlich auch was Teures. Es ist mit 800 Euro das teuerste Lego-Set aller Zeiten. Gemeinsam natürlich mit dem UCS Millennium Falcon, der ja auch 800 Euro UVP kostet. Allerdings auch noch mal ein paar mehr Steine mit dabei hat. Teilpreis liegt hier natürlich auch über den 10 Cent pro Teil. Und bevor das jetzt einige von euch in die Kommentare schreiben, mir ist natürlich bewusst, dass es davon auch schon Bilder auf Instagram und ähnlichen Seiten gibt. Die möchte ich aber hier nicht auf dem Kanal teilen. Da bin ich ganz ehrlich mit euch. Das hier ist aktuell mein hauptberuflicher Job. Und es ist immer mal wieder vorgekommen, dass solche Bilder dann gestrikt werden und dass dadurch dann der komplette Kanal erlischt. Und das kann ich mir halt einfach nicht leisten, die Bilder hier zu teilen. Es werden aber auch bald offizielle Bilder herausgegeben. Die kann ich dann auch hier teilen. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, meine Zähne tun gerade so unendlich weh. Ich bereue es gerade ein bisschen, dass ihr aufgenommen habt. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß mit dieser Folge. Und haltet euch gespannt auf das, was kommt. Es kommt dieses Jahr noch einiges an Star Wars Book of Boba Fett wird klasse. Der AT-AT wird zumindest, wenn man die 800 Euro hat, wahrscheinlich auch ein klasse Set werden. Und bis dahin, habt einen tollen Tag und ciao, ciao. Au revoir.